Eine wunderschöne Niedelmein, Leute! Wir müssen wieder reagieren und zwar zu Ratch Tongues mit Ascendancy. Das Ganze wird zur Verfügung gestellt von Slam Worldwide. Let's go! Ich bin schon sehr gespannt. Ich muss irgendwann mal die Werkzeuge im Hintergrund wegräumen. Okay! Boah, ey! Was ist denn da los? Okay! Okay! Oh mein Gott! 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 Ich bin schon sehr sicher, Scheiße! Boah, was ein Versa-Bokel ist, ey, alter. Boah, was der eine Energie hat, ey, krass. Jesus Christ. Boah, was der eine Energie hat, ey, alter. Boah, was der eine Energie hat, ey, alter. Boah, das ist schon ganz schön heftig, ey. Mein lieber Scholli. Boah, was der eine Energie hat, ey, alter. 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 Boah, was der für ein Song, krasser Scheiß, alter. Mein lieber. Aber richtig geil. Boah, blablabla. Mir fehlen die Worte, hat mir der Song gut gefallen. Crazy. Red Stanks mit Ascendancy. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Richtig krasser Shit, ey. So viel Energie habe ich ja schon lange nicht mehr in einem Song gehabt. Wahnsinn. Richtig geil. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.